Das ist auch kirgesisches musikinstrument von den alten zeiten zu uns gekommen die hörne von den steinböcken von den wilden steinböcken das muss man aber niemals denn also man darf niemals den steinbock schießen in bestimmter zeit lässt der steinbock seine hörne liegen und da hebt man vom boden hoch und man macht daraus so ein musikinstrument das ist nur in den zeiten wo man wo die feinde kommen in der kriegszeiten wenn die feinde kommen hat man so warnungsmelodie gespielt als war noch ja so achtung achtung die feinde kommen da ja und auch während der während des wettkampfes während reitspiels und so weiter